Sind Sie ein kleiner oder mittelgroßer Immobilienentwickler bzw. Geschäftsinhaber? Dann wissen Sie, wie schwierig es ist, die für Ihr Projekt erforderliche Finanzierung über Banken oder traditionelle Finanzinstitute zu erhalten. Deren Einheitsansatz hat zur Folge, dass Sie am Ende frustriert sind, Ihr Projekt monatelang verzögert wird oder sogar dauerhaft zum Stillstand kommt. Wenn man immer wieder Dokumente einreichen und ewig warten muss, nur um zu erfahren, dass der Antrag abgelehnt wurde, verspürt man oft den Wunsch, das Vorhaben ganz aufzugeben. Wir bei Estate Guru verstehen die Frustration dieses Prozesses und deshalb glauben wir, dass Immobilienentwickler und kleine bis mittlere Unternehmen mit großartigen Ideen und einem soliden Businessplan schnellen Zugang zu einem Kredit zu vernünftigen Konditionen verdienen. Wie funktioniert das? Um den Kreditantragsprozess zu starten, müssen Sie ein Konto auf unserer Plattform registrieren. Das geht einfach und schnell. Sobald Ihr Profil eingerichtet ist, müssen Sie die Einzelheiten zu Ihrem Projekt zusammen mit einem Finanzierungsantrag einreichen. Teilen Sie uns den Darlehenszweck mit, wie viel Kapital Sie aufnehmen möchten, welchen Zinssatz Sie wünschen, sowie die Art und den Wert der Sicherheiten, die Sie hinterlegen können. Danach übernimmt unser Team und widmet jedem Antrag die volle persönliche Aufmerksamkeit. Sie erhalten einen Anruf von einem unserer Darlehensexperten, der Ihre Bedürfnisse im Detail mit Ihnen bespricht und einen für Sie passenden Plan ausarbeitet. Wenn Sie mit den Bedingungen zufrieden sind und wir uns auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben, erstellen wir einen detaillierten Projekteintrag auf unserer Plattform und geben Ihren Kredit unserem riesigen Investorenpool frei, der die Projekte unserer Kreditnehmer oft innerhalb weniger Stunden finanziert. Sobald Ihr Kredit vollständig finanziert ist, zahlen wir die Mittel auf Ihr Konto aus. So können Sie sich wieder auf die Verwaltung Ihres Unternehmens und die Fertigstellung Ihrer Projekte konzentrieren. Falls Ihr Geschäftsplan fundiert ist und Sie über die erforderlichen Sicherheiten verfügen, kann es sein, dass der gesamte Prozess von Anfang bis Ende nur drei Tage dauert. Verschwenden Sie also keine Zeit mehr mit dem ewigen Warten auf Rückrufe von Banken. Sprechen Sie mit den Immobilienprofis von Estate Guru und erhalten Sie die Finanzierung, die Sie benötigen. Schnell!